Sehr willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia Bielefeld FIFA 16 Karriere Modus. Wir sind am Start und wir haben immer noch das Turnier vor uns, beziehungsweise das Halbfinale des European International Cup gegen Deportivo Alaves. Das heißt, ein spanischer Gegner zum dritten Mal innerhalb dieses Turniers. Und wir wollen natürlich im Idealfall wieder siegreich sein und somit ins Finale einziehen, um so viel Geld wie möglich dabei rauszuschlagen, um eventuell ein paar Transfers realisieren zu können, die ihr so vorgeschlagen habt. Dazu aber gleich mehr. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da großartige Unterstützung. 700 Likes wären richtig, richtig nice. Und ich habe gerade schon offscreen, wie ich es angekündigt habe, das Training gemacht. Heute die Episode will übrigens live sein, das heißt, damit ihr mal den Kontrast habt. Einfach so spaßeshalber. Bei Hesel habe ich ein C, also das habe ich simuliert. Dann hatten wir bei Kloßen ein A, dann hatten wir bei Burmeister, bei Junglas und bei Affane auch ein A. Also mal sehen, was da so passieren wird. Allerdings ist kein einziger meiner Spieler vielversprechend, was ein bisschen sehr, sehr schade ist. Aber da kann man wahrscheinlich nichts gegen machen, denn die sind halt einfach nicht so die krassesten. Egal, wir haben 1,3 Millionen Transferbudget, wir kriegen durch das Turnier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber theoretisch ein bisschen noch was dazu. Und ich habe mir zwei Spieler überlegt, die auch vorgeschlagen wurden und die würde ich ganz gerne umsetzen. Der eine ist, auch wenn er zwei Sterne Skills und zwei Sterne Weakfoot hat, relativ interessant. Das ist Melvin Lorenzen von Werder Bremen. Er ist ein sehr, sehr schneller Stürmer, den werden wir mal scouten werden. Der andere kommt ebenfalls aus der Bundesliga. Das passt ein bisschen besser mit dem Leihgeschäft, denn der ist von einem Fanfreundschaftsverein. Und zwar von meinem Lieblings-Hannover-96 und zwar ist das Tim Diersen. Sehr, sehr guter Spieler, sehr interessant in meinem Hannover-96-Karrieremodus. Und deswegen denke ich mal, das könnte eine ganz gute Alternative sein. Auf der 10er-Position sind wir ja mit zwei älteren Spielern besetzt und von daher ist das vielleicht keine schlechte Option. Wo wir noch Nachholbedarf haben, die Innenverteidigung sieht mit Burmeister und Börner ehrlich gesagt ganz gut aus. Die beiden noch nicht so alt. Dick auf rechts, ja das ist so ein bisschen eine kritische Position. Da könnten wir eventuell nachlegen. Haben wir übrigens Stiffler oder, ja ich sage immer mal Stiffler spaßeshalber. Der 25 ist also als Backup, reicht es auf jeden Fall theoretisch. Stoffer-Links-Verteidiger-Position sieht es, naja da haben wir Schuppern, der ist 28 und wen haben wir da noch? Ich glaube das war es ja schon hier. Lang kann da glaube ich spielen, genau und der ist 21, wobei das also auch noch geht. Auf A6 haben wir Junglas und wen haben wir hier? Schütz, Schütz ist 27, Junglas 26. Junglas ist aber ein ziemlich guter Spieler, den würde ich ganz gerne behalten. Bei Schütz bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da haben wir aber Behrend als Ersatzspieler, beziehungsweise Gölz kann das, ne Gölz kann das nicht. Wer konnte denn das noch? Eine Kluge, ne Brinkmann, was Brinkmann? Ne, irgendwer. Hier, genau, er ist noch relativ jung mit 21 Jahren, der Jopek. Und von daher da auch nicht so der große Bedarf. Auf Außen, weiß ich nicht, Hemlein ist an sich ein guter Außenspieler, erfahrener auch. Im Sturm haben wir mit Kloß eigentlich auch einen ordentlichen Spieler. Und auf A10 ist halt einfach der Nachholbedarf, weil wir da relativ alte Spieler haben mit Ulm und mit Müller. Auf der Stürmerposition brauchen wir halt einen schnellen. Wie gesagt, wir haben da Fandabiesen, wir haben Nölte, der aber auch relativ langsam ist mit seinen, wie viel haben wir, 72 Tempo oder sowas. Und auch wenn Tempo nicht so wichtig ist, eine kleine Relevanz hat natürlich schon. Und von daher wäre Lorenzen vielleicht gar keine so schlechte Alternative. Weitere Spieler, die ihr vorgeschlagen habt, sind absolut unrealistisch. Beispielsweise Lazaro, wobei der noch einigermaßen geht. Aber da würde ich Diersen bevorzugen, weil ist halt Deutschland. Dazu beispielsweise, was hatten wir denn noch? Yusuf Paulsen, zu teuer. Irgendwelche Spieler von Peine Ost? Nein. Jatkovski, ja an sich schon, aber da finde ich Diersen immer noch attraktiver. Vor allem, weil der, glaube ich, günstiger zu haben sein wird. Ulysses Garcia, auf der Linksverteideposition habe ich jetzt nicht so viel Bedarf bisher. Burgstaller, ja an sich nicht schlecht, aber wäre eine Nachnachung vom Badeschlappen. Deswegen lasse ich das Ganze auch mal eher sein. Gideon Jung, der wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Den werde ich eventuell gleich nochmal auf die Liste mit drauf tun. Aber ansonsten werden wir in der zweiten Liga einfach nochmal temporeiche Stürmer suchen. Beziehungsweise allgemein nochmal unsere Scouts losschicken, temporeiche Stürmer zu suchen. Und da mal schauen, was wir dann noch so finden werden. Wo haben wir ihn? Gideon Jung, Innenverteidiger. Kann aber auch auf der 6 spielen, weswegen der ganz interessant ist. Auf jeden Fall mit seinen 1,89 Meter Körpergröße. Kann auch was er für ein Rating hat, aber wir werden es gleich bestimmt rausfinden. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Transfers nochmal, bevor wir jetzt gleich zum nächsten Spiel gehen. Gegen Deportivo. Und suchen nochmal, ach haben wir hier schon temporeich angesorientiert? Dann geht's ja. Dann brauchen wir das gar nicht mehr suchen. Sondern haben wir ja schon ein paar Spieler. Sam Johnson. Ach ja, okay, alles klar. Das wird momentan gemacht. Ich habe schon länger nicht merkt, Dynaminia Kamriere-Modus-Karriere-Modus gespielt. Von daher verzeiht mir, wenn ich dann nicht mehr ganz so auf der Höhe bin. Egal. Wir spielen auf jeden Fall jetzt im Pokal. Haben noch eine Nachricht bekommen. Zwei sogar. Das dürften die für Lorenzen und eventuell für Diersen sein. Leitangebot vom 1. FC Köln. Ach, das war wahrscheinlich für Bart Finne. So, Marco Huber hofft auf ein bisschen Spielzeit. Wer war in Huber nochmal? Das war wahrscheinlich der 57er, wa? Kann ich jetzt gerade hier nicht nachgucken. Aber merken wir uns einfach mal, dass der Huber ganz gerne spielen möchte. Emil Bergström, Sundberg, Sam Johnson, Marian Saar, Andreas Christensen, haben wir abgeschlossen. Wir haben aktuelles aus Niederlanden und wir haben Leitangebot. Okay. Ja, Bart Finne wäre eine Möglichkeit. Dann hätten wir schon mal quasi die Alternative zu Lorenzen. Naja, von mir aus auch das. Ist natürlich nicht so kopfballstark, der Finne, aber trotzdem denke ich mal ganz gut. Was haben wir hier? Suendi Alberto. An sich. Ja, warum nicht? Jan Lammers sieht nicht so stark aus. Ulai Tarn. Der sieht wiederum richtig gut aus. Wird wahrscheinlich viel zu teuer sein. Zierich ist zu teuer. Prapper ist zu teuer. Van Daunen ist zu teuer. Kasajwil ist zu teuer. Die sind alle zu teuer. Die können wir uns alle direkt mal sonst wohin stecken. So, die machen wir alle mal. Ups. Doch, hier. Das war gut. Was haben wir denn? Sam Johnson. 65er Rating. 22 Jahre alt. Ordentlich schnell. Gute Größe an sich. Sprungkraft noch dazu. Ist kein schlechter, würde ich jetzt mal so sagen. 57.000 Marktwerten. Den kann ich mir wahrscheinlich nicht ausleihen, weil der relativ sichtig sein wird für Dior Gardens. Genauso wie der Bergström hier. Der auch sehr interessant aussieht. Aber die sind halt leider Gottes zu teuer. Sundberg von AIFK. 19 Jahre alt. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Da, ja okay, sind aber unterbesetzt aus der Position. Können es ja trotzdem einfach mal spaßhalber versuchen mit 400.000. Wahrscheinlich absolut nicht funktionieren, aber naja, machen wir einfach mal spaßhalber. Wird eh nicht aufgehen, aber wir haben ja nichts zu verlieren. Sagen wir es mal so auf der Infantik-Position. Brauchen wir ja theoretisch auch nicht so viel. Von daher abwarten und Tee trinken, würde ich dazu mal sagen. Unsere Scouts. Was haben wir hier noch aus der Bundesliga-Team, wo Baumgartel Braun auch Christensen, genau. Von Borussia Mönchengladbach. Ist gerade erst gewechselt, ist aber auf der Leihliste. Das heißt, eine Laie wäre da vielleicht gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht eigentlich. 63er-Rating. Ist eine Überlegung. Auf jeden Fall wert ist Kopfball-Spezialist. Warum eigentlich nicht? Versuchen wir es einfach mal mit einer Laie für Andreas Christensen. Und zwar ein Jahr lang. Vielleicht versuchen wir es noch mit einer Ablöse von 600.000. Falls er überzeugen sollte. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran, dass die das akzeptieren werden. Denn ansonsten leihen wir uns ihn nur so aus. Marian Saar wäre auch nicht schlecht. Ist aber zu teuer jetzt schon. Von daher lassen wir das mal ganz raus. Cordoba und Stendiera können wir auch von der Liste streichen. Lord Bender lassen wir einfach Spaßeshalber drauf. Was haben wir aus England gehabt? I, ja genau, den Kollegen. Den Kollegen und dann, ja, die Kollegen. Ja, Goldson wäre auch nicht uninteressant gewesen. Aber den löschen wir mal runter. Kennedy können wir sowieso vergessen. Und die anderen beiden warten wir nochmal ab. Und aus Schweden hat man gerade drei Spieler von Dürr Gardens und sonst wem. Aus den Niederlanden haben wir noch Alberto und Olai Tanoke. Und bei Wojciak warten wir ab. Was der sich irgendwann mal zurechtskauten wird da in Österreich. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel gegen Deportivo sonst was. Alga, Vavares. Wir spielen, warte mal. Ne, ne, so, so sicherlich nicht. Das wäre ja totaler Schwachsinn. So spielen wir. Ich denke mal, das geht ganz gut. Klar, machen wir noch die Ausstellung für die heutige Partie. Wer wollte jetzt gerade spielen? Hohova. Hm, ja. Egal. Soll er einfach mal machen für Ulm. Viel falsch machen kann er ja nicht theoretisch. Görlitz. Ja, stellen wir mal rein. Hemlein haben wir dann noch. Auf A6 können wir noch, wenn anders hinstellen. Salga probieren wir mal aus für Börmer. Börner? Ist ja der Börner. Und Jopek packen wir nochmal rein für Schütz. Ja, ich denke mal, dann können wir das so machen. Vielleicht nochmal Striffler auf rechts außen für Dick. Auch wenn das natürlich ein riesen Ratingunterschied ist. Lang vielleicht nochmal für Schuppern. Damit wir mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir das einfach so. Und gehen ins Spiel. Das Ganze live heute. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Und einen Sieg. Rafael Rui bei Lozada wird unsere Partie leiten. Ist ein spanischer Schiedsrichter. Ob das mal ein Schlechtesum ist, ich weiß nicht. Wir spielen wieder im Santiago Bernabeu, nachdem wir ja bereits im Camp Nou aktiv waren. Jetzt also wieder im Stadion von Real Madrid. Sieht einfach cool aus in den FIFA. Auf geht's, ab geht's und auf zum Sieg. Erste gefährliche Situation. Ein Freistoß aus einer guten Position für Deportivo. Ich nenne ihn einfach Deportivo. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit A halt am Anfang. Macht er nicht direkt. Macht er. Ja, nicht so gefährlich. Schlechter Pass von Görlitz nach der guten Balleroberung. Jetzt wieder eine Balleroberung, aber das war ausnahmsweise mal wieder ein Foul. Die Schiedsrichter sind ja sehr pingelig dieses Jahr. Und da gibt es eine Kollision im Sechzehner, die allerdings hoffentlich nichts Schlimmeres. Das 1 zu 0 ist ein Freistoß, der keiner war. Das ist natürlich wieder super. Barreiro machte den Führungsteuer für Deportivo. Ja, da kommt Hesel nicht mehr hin. War auch gut geschossen, gar keine Frage. Jetzt müssen wir einem Rückstand hinterherlaufen. Was natürlich alles andere als ideal ist. Oh, Klos im Sechzehner holt sich die Kugel. Und der Abschluss leider nicht präzise genug. Er stand gerade bei der Flanke nicht da, wo er stehen soll. Das ist ein bisschen doof, wenn der kopfballstarke Superstürmer da nicht da steht, wo er stehen soll. Doppelt gemoppelt. Ey, das ist doch lächerlich. Das ist doch kein Freistoß, Mann. Klos war im Abseits, aber der Schuss war trotzdem gar nicht so schlecht. Also bisher wirklich ein sehr offensiv, ich sag mal, unglückliches Spiel, weil gerade Klos mit dem Stellungsspiel absolut nicht klarkommt irgendwie gerade. In den Konter rein kommt dann der 5. Schiedsrichter. Der ist parteiisch, da kannst du mir erzählen, was du willst. Der bevorteilt die Spanier. Bisher eine sehr glückliche Führung für die, weil ich eigentlich nur in deren Hälfte mich rumtreibe. Aber es funktioniert noch nicht so wirklich, wie bereits gesagt, der Sturm ist noch nicht so wirklich da. Wir bringen erstmal Thunderbiesen rein. Kann der 10er spielen? Kann er nicht. Kann Klos 10er spielen? Auch nicht. Dann stellen wir mal auf 4-2-2-2, beziehungsweise 4-4-2. Und zwar, ja, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das? Dann halt das normale hier, da, ne, hier, ja, flache 4, komm. So, da ist der Ball auf Klos. Klos im 16er mit dem Fake-Shot, aber da ist er nicht schnell genug. Ist halt wirklich ein Problem, ne, wir brauchen mehr Spritzigkeit vorne drin. Ganz böses Foul auf Außen, das wird sogar mal gefiffen vom Schiedsrichter, das gibt's ja gar nicht. Und gelbe Karte, geht's auch noch oben drauf. Bringt mir noch nicht viel, der Freistoß muss jetzt gut kommen. Und wir haben keinen Dickbitt am Start, deswegen dreht den Jobbeck mal rein. Kommt auch nicht schlecht, der Kopfball von Görlitz. Aber genau auf Pacheco. Das war schön gespielt bei, ah, Ballrolle im 16er. Aber da ist wieder die Frage, wo war da Klos gerade? Ich konnte nicht flanken, weil Klos nicht in der Mitte stand. Was ist da los mit dem Klos? Klos mit einem Versuch, Pacheco ist wieder da. Mittlerweile stehen wir auf sehr offensiv, aber irgendwie sind trotzdem nur drei Spieler vorne. Und das bringt, äh, nicht viel gerade. Guckt euch das mal an, ey, die spielen nur hinten rum. Das ist so richtig, richtig abfuckmäßig, wie die spielen. Grauenhafte Ballannahme. Den darfst du doch nicht so annehmen, wenn du wirklich kurz vorm 16er bist und so einen Ball zugespielt bekommst. Jetzt noch mal Striffler. Raus auf Jopek. Flanke. Auf, ja. Kommt wieder nicht gut. Also das wird, glaube ich, nichts mehr. Der wohl ungefährlichste Kopfball aller Zeiten. Damit beenden wir die Partie. Wieder stand Klos nicht auf seiner Position. Das fuckt mich schon ein bisschen ab, dass der Penner nicht unbedingt in der Sturmspitze stehen will, wo er hingehört und wo er stehen muss, sondern sich unbedingt irgendwo im Mittelfeld, so Rosselu-Style. Weißt du, auf links außen, mal auf rechts außen, mal in Zentral laufen sie im Mittelfeld, nur nicht da, wo er stehen muss. Ist schon ein bisschen nervig. Gut, so verlieren wir und fliegen im Halbfinale raus aus dem Pokal. Danke an Fabian Klos an dieser Stelle. Wir waren deutlich überlegen. Die hatten einen Schuss und das war der Freistoß. Ansonsten nichts, aber sowas gibt es halt nun mal in FIFA. Und wir kennen ja alle dieses Spiel. CD Numancia und Dene Riffers war klar, dass ein spanischer Verein dieses Turnier gewinnen würde. Mal sehen, was wir trotzdem an Geld bekommen und ob wir überhaupt Geld bekommen. Nach der Leistung hätten wir es eigentlich theoretisch nicht verdient. Doch, wir kriegen mal 580.000, naja, von mir aus. So, Marco bedankt sich für die Chance. Wird er wahrscheinlich nie wieder spielen, weil er sich echt nicht gut präsentiert hat. Wir machen weiter. Simulation gestoppt ist eigentlich Schwachsinn. Und warten einfach mal ab, was jetzt passieren wird. Aha, wir haben sechs Nachrichten. Angebot akzeptiert. AIK, was? Sundberg, echt, das nehmen die an? Die sind ja vollkommen bescheuert. Die sind ja total bescheuert. 5.000 wollen sie. Der will 5.000 gehalten haben, der ist 19 Jahre. Also, sorry, aber das machen wir. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Der ist zwar teuer, aber das ist mir jetzt ehrlich, also nicht so teuer. Von daher, die Gebühr ist in Ordnung. Also, Gladbach leitet auch Christensinn aus. Also, Innenverteidigermäßig läuft es bei uns auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Galeta K., das ist, ja, 56 Grätsche höchstens. Nee, ist nichts für mich. Fabian Strauß, das ist schon eher. Aber wir brauchen ja keinen Innenverteidiger mehr. Fällt mir gerade auch. Jordi Reiner, der ist schon eher. Lukas Rothpuller. Bester Name immer noch. Der ist immerhin schön schnell, aber das bringt uns auch nicht viel. Josef Paulsen, weiß ich gar nicht, warum ich den gescoutet habe. Und Ihi Anoccio wäre auch einer, den man sich ausleihen könnte, eventuell. Aber wir haben ja jetzt schon Bart Finne. Von daher, beziehungsweise, noch haben wir nicht Bart Finne, aber wir kriegen wahrscheinlich Bart Finne. Von daher ist das vielleicht nicht mehr notwendig. So, 3 Millionen haben wir gesagt. Was bin ich denn für eine Pflaume? Ich hätte auch eins gemacht. Oh Gott, das will. Egal. So, Finne wird also ausgeliefert und nicht gekauft am Ende der Saison. Da müssen wir uns irgendwas anderes aussuchen. Melvin Lorenzen, Abschlussbericht, Tim Diasen und Gideon Jung, die gucken wir uns alle dreimal an. So, Jung, 60er Rating. Hm, nein, dann eher doch nicht. Diasen hat momentan ein 61er Rating. Ich weiß, klingt jetzt lächerlich, aber das mache ich. Weil ich weiß, wie gut der im Karrieremodus sein kann. Und deswegen, ähm, machen wir das einfach mal. Ich habe halt festgestellt, dass der wirklich ein richtiges Biest ist. Und der hat sich bei mir extrem entwickelt. Das werdet ihr irgendwann mal in Videos sehen. So, bei Lorenzen bin ich mir immer noch nicht sicher. Aber wir versuchen es einfach trotzdem auch da mal mit einer 2-Jahres-Leihe. Und da machen wir das Ganze gleich anders. Machen wir das gleich anders. Machen wir einfach mal 600.000 vielleicht und versuchen den direkt zu bekommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wir schauen mal, wie das Ganze so funktionieren wird. Wären hoffentlich Spieler, die sich auch ein bisschen entwickeln können. Das heißt, das Training lohnt sich. Ich mache das mal kurz und cutte das raus. So, Freunde. Fahne und Burmeister. Beide ein Rating gestiegen auf 66 beziehungsweise 67. Was natürlich sehr schön ist. Hesel simulieren wir nochmal eben. Weil die Toilet-Überung mache ich nie selber. Weil das in meinen Augen Schwachsinn ist. B hat er bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, das sieht alles gar nicht mal so übel aus. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass ich teilweise einfach keinen Bock habe, das Ganze irgendwie mehrmals zu probieren. Weil das wirklich langweilig ist. Sundberg hat das abgelehnt. 6.300 bieten wir ihm jetzt mal an und machen ihn zum essentiellen Stammspieler. Von mir aus auch das. Ich hätte ihn doch ganz gerne. Der sieht nämlich cool aus. Ja. Auch den Kollegen Christensen kriegen wir anscheinend. Das läuft gerade viel zu gut. Das läuft auch viel zu easy. Ich bin mir da noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Mal sehen, ob jetzt Lennon mit Lorenzen kommt. Weil dann ist wirklich komplett Feierabend. Weil dann haben wir wirklich echt gut bisher schon transferiert. Aber mal sehen, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und der Abend ist noch auf dem Weg. Wir spielen wahrscheinlich in dieser Episode noch das erste. Ne, wobei ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Tim Diersten, die Gebühr ist in Ordnung. Das ist ja der Wahnsinn. Lohre, ach du meine Güte. Der möchte ganz gerne 4.150 haben. Das ist natürlich süß, der Vergleich von seinem bisherigen Gehalt. Wichtiger Stammspieler wäre er dann. Das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Hannover sagt auch ja. Björn Jopek. Salzburg würde den ganz gerne ausleihen. Da ich mit Doppelspitze spielen werde und nur mit einer 6. Können sie das theoretisch machen. Ich weiß aber nicht, ob der eine Spielpraxis bekommt. Von daher lieber doch nicht. Dann lasse ich ihn lieber selber ab und zu mal spielen. Weil bei Leipzig, die haben so viele gute Sechser. Ich habe kaum die Hoffnung, dass er da spielen wird. So, jetzt hat Sundberg akzeptiert. Alles klar. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben dann noch 1,48 Millionen Transferbudget. Aber das reicht ja, weil wir haben ja absolut keine Verpflichtung, die Spieler wirklich dann zu kaufen. Weil immer anderen beobachten wir mal. Özdemir, der ist wahrscheinlich viel zu teuer. Aber wir wollen auch keinen Innenverteidiger mehr theoretisch. Sam Maximin ist mega gut, aber können wir sowieso nicht holen. Und der Rest ist ja auch total unrealistisch. Von daher machen wir das mal weg. Swendley, Alberto, wer war das nochmal? Ah, der Kollege, Innenverteidiger. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und Ulai Tan sieht echt gut aus. Sieht echt gut aus an sich, aber ist auch zu teuer. Und wir haben ja jetzt mit Melvin Lorenzen einen guten Spieler, genauso wie mit Sundberg, dazubekommen. Das ist auf jeden Fall relativ schön. Ich bin gespannt, was jetzt noch so passieren wird. Ich bin auch gespannt, ob wir in dieser Episode noch das Lorenzen akzeptieren. Auch, das ist ja Wunderbärchen. Haben wir noch eine Transferbestätigung ausstehend. Und zwar Tim Dearssen. Da müssen wir aber nochmal kurz ein bisschen Transferbudget rüberschieben. Und Nico Larennen, den können wir verleihen. Und zwar in Mattersburg für zwei Jahre. Da habe ich sogar die Hoffnung, dass es noch ein bisschen spielen wird. Von daher ist es auf jeden Fall ein gutes Geschäft, denke ich mal. So, Hannover hat sich echt entschieden zu sagen, jo, machen wir das. Das läuft viel zu gut. Aber das gefällt mir total gut. Ja, genau. Egal, gut, alles klar. So, wo kann man das Ganze bestätigen? Im Büro, bei den Nachrichten. So. Und bestätigen, dass... Du kannst dir diesen Spieler leisten, wenn du die Gehälter anpasst. Nein. Kann ich mir die sowieso leisten. Weil... Von mir aus. Egal. Ähm... Gut. So. Damit haben wir das geklärt. Und haben zwei neue Spieler, beziehungsweise mehrere neue Spieler dazu bekommen. Wen haben wir denn jetzt alles? Ah, ja, ja. Wir müssen mal nachgucken. Ähm... Ja. Van der Biesen geht da mal runter. Lorenzen kommt rein. Sundberg, Chris... Eieiei, Eiei, Eiei, Eiei. Salga, äh... Behrendt geht auch weg. Dafür kommt Christensen auf die Bank. Und Bart, Finne und Tim Diersen. Ach, du Scheiße. So. Äh... Hoba geht mal ganz raus. Äh... Diersen kommt mal hoch. Und... Für Kluge. Und... Und... Wie machen wir denn das jetzt? Hm. Ähm... Ja. So, Finne erst mal für Nöte. Jetzt haben wir zwei Stelle Stürmer, ne? Eiei. So, Diersen würde ich sogar fast Stammspieler sagen. Weil ganz einfach Ulm so alt ist. Mast hat Forster Skills. Den würde ich ganz gerne auf der Bank lassen. Görlitz ist dafür auch nicht so langsam. Okay, Mast ist auch richtig schnell. Himmellein und Erfahne werden stammen. Dann machen wir das mal... So, Müller. Müller ist schnell eigentlich. Ne? Hm. Aber Ulm ist halt an sich wirklich gut. Ist auch nicht... Ach, Ulm ist sogar schnell. Na, dann können wir den sowieso da lassen. Äh... Börner, Burmeister, Dick Schuppern. Ähm... Was kann der noch spielen? Kann der noch irgendwas? Ne. Kann der noch irgendwas? ZDM. Das ist gut. Das ist gut. Äh... Aufstellung. 4-1-2-1-2 wird dann unsere neue Formation werden. Breite Raute. Äh... Junglas. Auf 6. Schütz nicht, oder? Ne, schütz nicht. So. Finne rein. Schütz weg. So. Dennis Mast für Schütz. Heißt der Dennis? Ich weiß, ob er Dennis heißt. Vielleicht heißt er Dennis. Wenn er Dennis heißt, dann Dennis Mast. So, Finne kann natürlich auch links spielen, theoretisch. Ne, muss er ja aber gar nicht. Weil das spielt ja Affane mit seinen Forster-Skills. Wer kann besser flanken? Hm, 67 und 61 und 61. Das heißt, Hemlein. Und Dick ja sowieso. Das heißt, Klos bleibt mal auf der Seite, damit er am zweiten Pfosten die Dinger bekommen kann. Schütz. Christen. Hm. Äh... Vielleicht sollten wir Schütz für Junglas rein tun. Ich weiß es nicht. Distanzschütze. Hm. Ne, dann lieber doch nicht. 1,87. Wie groß ist er? 1,81. Okay, das heißt, wir haben einen Abräumer quasi vor der Abwehr. Das sieht doch alles schon wirklich sehr, sehr gut aus momentan. Dann können wir den Jopek auf jeden Fall verleihen, wenn wir noch ein Angebot bekommen. Und haben richtig, richtig, richtig schönen Kader zusammenbekommen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, was haben wir denn? Ne. Oder? Ne, 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 ne. Streit mal weg und bieten einen neuen Vertrag an. Der will aber mehr Geld haben. Na. Na. Mit sowas fuhre ich mich aber ganz schwer bei so einem Verein. Äh, machen wir nochmal so. Kader. Lorenzen Klos für eine Nöte. Nöte. Kürzlich zu Vereinen gestoßen. Van der Wiesen ist aber Transferlist. Das ist gut. Ulm Müller-Hober haben wir verliehen. Diersen ist Gelien. Jungglas Jopek Brinkmann. Brinkmann kann man eigentlich verkaufen. Transferliste setzen. Äh, kluge Karriere nach Vertrag Behrendt. 23 Jahre alt. Jopek ist zu verleihen. Jungglas ist unser Sechser. Behrendt wäre der Ersatz. So ein Schütz kannst du dann eigentlich verkaufen, wa? Wobei ich nicht weiß, ob das eine kluge Entscheidung ist. Aber man kann ihn einfach mal draufsetzen und gucken, was man so als Angebot bekommt. Benama haben wir verliehen. Himmelan Görlitz auf rechts. Mast und Afana auf links. Strifler Lang. Äh, das ist ja unser Linksverteidiger Ersatz. Äh, dann haben wir hier Hornig. Den können wir verkaufen. Zack. Börner Burmeister ist unsere Stamm in Verteidigung. Sundberg und... Christensen sind Ersatz. Das heißt, theoretisch können wir auch Salga verkaufen. So, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, das ist gar keine Frage. Allein für die Gehälter und so weiter und so fort, wenn wirklich Spieler, ähm, ja, mehr Geld haben möchten. Von daher ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir das, würde ich mal so machen. Ähm, diese Episode ist jetzt schon relativ lang. Bin ich mir relativ sicher. Ja, deswegen würde ich sagen, beende ich die hier einfach mal. Äh, es passiert momentan relativ viel. In der nächsten Episode geht es dann los mit der Saison. Und, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen am ersten Spieltag spielen. Haben wir nochmal ein paar Sachen, aber das löschen wir einfach mal alles. Und ich werde leider auch mal die Scouting-Aufträge löschen. Denn wir brauchen jetzt gar nichts mehr. Wir sind eigentlich mit der Kaderplanung soweit abgeschlossen. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil wir so direkt, äh, rein starten. Und nicht noch irgendwie am Ende der Transferphase nach den ersten Spielen, äh, was holen müssen. Beziehungsweise wir können immer noch nachbessern. Aber so steht der Kader erstmal. Und ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Wir gucken nochmal eben, was das Training angeht. Ja, Finne kann sich verbessern. Lorenzen hat nicht mal mehr. Ist kein, ist kein FIFA-Spieler, was mich überrascht. Äh, Hebenheim, blablabla, Diersen ist ein FIFA-Spieler. Das wusste ich schon vorher. Äh, Christensen auch. Sundberg nicht, was mich auch überrascht. Ähm, ja, aber das ist ja nicht so wild, weil jetzt haben wir immer ein paar Spieler. Und ich denke mal, die werden sich auch so entwickeln. Von daher war es das von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch auf Newcastle freut. Und auf, äh, die ersten Saisonspiele mit Arminia Bielefeld. Wir können nochmal kurz nachgucken, gegen wen die sein werden. Ähm, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht bisher mit Bielefeld. Muss ich sagen, man treffe hier mal das Tor. Und von daher, äh, lookke ich forward gegen, ähm, ja, Frankfurt und gegen Peine Ost zu spielen. Das wird bestimmt super. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.